In einem Lokal kam es im vergangenen Oktober aus unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen. Drei derzeit unbekannte Tatverdächtige sollen im Zuge des Streits zwei Männer im Alter von 62 und 63 Jahren geschlagen haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Anschließend seien die Beschuldigten aus dem Lokal geflüchtet. Die Lokalbesitzerin sei den Flüchtenden gefolgt, um ein Foto von ihnen zu machen. Sie soll daraufhin von einem der drei mit dem Umbringen bedroht worden sein, wenn sie ihr Vorhaben nicht unterlassen würde. Die Männer konnten flüchten. Es konnten allerdings Lichtbilder der mutmaßlichen Täter ausgewertet werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung dieser Bilder. Das machen wir hiermit. Sachdienliche Hinweise werden auch anonym an das Stadtpolizeikommando 5 Haus unter der Telefonnummer 01 313 10 47 81 0 erbeten.